Hey, schön euch zu sehen! Ich bin Maxi und möchte euch gerne etwas zum Thema Bewegungskünste und den methodischen Hinweisen zur Umsetzung im Sportunterricht zeigen. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt! Das ist Frau Müller. Frau Müller ist Sportlehrerin an einer Grundschule. Sie hat oft von den besonderen Chancen gehört, die das Aufgreifen von Bewegungskünsten im Sportunterricht bietet. Nun möchte sie zum ersten Mal selbst ein solches Vorhaben verwirklichen. Sie fragt sich, wie die Bewegungskünste im Unterricht methodisch umgesetzt werden können. Zunächst informiert sie sich, was unter Bewegungskünsten zu verstehen ist. Die Bewegungskünste, zu denen zum Beispiel die Zirkusakrobatik, das Shearleading oder das Slacklinen gehören, gewinnen zunehmend an Popularität bei den Heranwachsenden und werden immer mehr im Sportunterricht oder in Ganztagsangeboten umgesetzt. In allen Rahmenlehrplänen für Sport finden sie unter der pädagogischen Perspektive gestalten Berücksichtigung. Hier sollen die Heranwachsenden zum einen normierte Bewegungsmuster erlernen. Zum anderen erweitern sie die Vielfalt ihres individuellen Bewegungsrepertoires über das Instrument zweckmäßige hinaus. Bewegungskünste können aber auch von den Perspektiven Leistung und Körpererfahrung beeinflusst werden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eigene Leistungsgrenzen zu überwinden oder die Wahrnehmung zu schulen. Darüber hinaus bieten sie eine gute Chance für soziales Lernen. Bewegungskünste werden nach Ingrid Bär anhand von den drei Merkmalen Schwierigkeit, Offenheit der Form und die schöne Bewegung definiert. Das Merkmal der Schwierigkeit bezieht sich auf das Erbringen einer besonderen körperlichen Bewegungsleistung, die sich durch hohe koordinative Anforderungen und bei manchen Bewegungskünsten auch durch das Eingehen von Wagnissen auszeichnet. Die Schwierigkeit der Bewegungen bietet die Möglichkeit, das eigene Leisten zu erfahren und zu reflektieren. Das eigene Können und die eigenen Grenzen sollen erlebt werden, was dazu beiträgt, das eigene Vermögen realistisch einschätzen zu lernen. Darüber hinaus werden die Körperwahrnehmung und die Konzentrationsfähigkeit geschult. Das Merkmal der Schwierigkeit bezieht sich nicht in erster Linie auf den Wettkampfgedanken oder Leistungsvergleich mit anderen. Vielmehr sollte ein individueller Maßstab angesetzt werden, der den Schülerinnen und Schülern ein subjektives Empfinden ermöglicht. So kann Neues Können als etwas Besonderes wertgeschätzt werden. Die Offenheit der Form meint das Zusammenspiel zwischen handwerklichen Prinzipien und der Variation und Erweiterung dieser. In den Bewegungskünsten existieren keine festgelegten sportartspezifischen Regeln und die Formenvielfalt ist prinzipiell uneingeschränkt. Dennoch existieren in jeder Bewegungskunst Regeln der Kunst. Diese bilden das Grundgerüst, auf dem aufgebaut wird und gleichsam ermöglichen sie ein kreatives Spiel mit den Möglichkeiten der jeweiligen Bewegungskunst. Das ermöglicht, dass die Heranwachsenden lernen, sich körperlich auszudrücken und Bewegungen kreativ zu gestalten, was das Selbstbewusstsein steigern kann. Die schöne Bewegung ist ein weiteres Merkmal und hat das Ziel, bei den Bewegungsausführenden selbst und den Zuschauenden ein sinnliches Empfinden hervorzurufen. Das Schöne bezieht sich zum einen auf die Wirkung der Präsentation auf andere. Dies kann einerseits durch harmonische, rhythmische und elegante oder durch skurrile, spannende und witzige Bewegungen erzeugt werden. Zum anderen bezieht sich schön auf das Empfinden der Akteure. Bewegungskünste fördern ungewöhnliche und spannende Körpererfahrungen. Ein Spiel mit der Angstlust, ästhetisches Handeln und das sich selbst präsentieren. Dabei können die Akteure mit ihren Tätigkeiten in einen Motivationszug hineingeraten und Glücksmomente durch Flow-Erlebnisse erfahren. Auf diese Weise fallen das Produkt der Präsentation und der Prozess des Übens zusammen. Aber worauf muss Frau Müller nun genau achten, damit sich das Bildungspotenzial vom Bewegungskünsten voll entfalten kann? Nachdem Frau Müller die drei Aspekte Schwierigkeit, Offenheit der Form und die schönen Bewegungen verinnerlicht hat, entscheidet sie sich, mit der 4C ein vierwöchiges Projekt zum Thema Schulzirkus durchzuführen. Dabei geht es im Speziellen um die Bewegungskünste Gruppenakrobatik, Jonglage, Reifenakrobatik und Minitrampolin. Für diese hat Frau Müller in einer Fortbildung die entsprechenden Sach- und Methodenkenntnisse erworben. Frau Müller prüft zunächst, welche Materialien für das Projekt benötigt werden und bereitet diese vor. In diesem Fall sind Jonglierbälle, Hula-Hoop-Reifen, Minitrampoline und Turnmatten in der Turnhalle vorhanden. Nun plant Frau Müller die Umsetzung des Projekts. Dabei richtet sie sich nach den methodischen Hinweisen von Ingrid Bär, welche fünf zentrale Aspekte umfassen. Diese sind den Schülerinnen und Schülern Verantwortung übertragen, ein reflektierter Umgang mit individuell angemessenen Schwierigkeiten, Bewegungserleben und Präsentation als Mittel einer Prozessorientierung, Regeln der Kunst erspüren lassen und Offenheit der Form fördern, sowie Präsentationen behutsam initiieren und stärkend begleiten. Erstens empfiehlt es sich, den Schülerinnen und Schülern Verantwortung für ihre eigenen Lernprozesse zu übertragen. Dadurch kann Frustration und Angst vorgebeugt und Motivation gesteigert werden. Dazu gehört, dass sich jedes Kind selbst aussuchen können sollte, mit welcher Bewegungskunst es sich ausführlicher beschäftigen will. In der Regel beherrschen viele heranwachsende spezifische Bewegungsfertigkeiten, mit denen sie den Unterricht als Expertinnen und Experten bereichern können. Frau Müller entscheidet daher, vier Stationen aufzubauen. Eine für das Jonglieren, eine für die Gruppenakrobatik, eine für das Trampolinspringen und eine für die Reifenakrobatik. Nach einer offenen Probierphase in den ersten Stunden der Unterrichtsreihe legt jedes Kind selbst fest, mit welcher Station es sich im Verlauf der kommenden Wochen beschäftigen möchte. Die Kinder wissen, dass sie zum Ende der Unterrichtsreihe eine Präsentation durchführen werden. Tina, Tim und Adam bilden eine Gruppe an der Projektstation Jonglage. Tina hat bereits Erfahrungen, während Tim und Adam ihre ersten Jonglierversuche durchführen. Tina verrät ihnen ein paar Tricks. Frau Müller hält sich im Wesentlichen zurück und lässt die Kinder selbstständig experimentieren und üben. Sie greift nur ein, wenn sie merkt, dass Hilfe benötigt wird oder ein Kind um Hilfe bittet. Zweitens sollte ein reflektierter Umgang mit individuell angemessenen Schwierigkeiten gegeben sein. Frau Müller differenziert ihren Unterricht, indem sie eine entsprechende Lernumgebung mit der Möglichkeit für unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus arrangiert. Auf diese Weise erhalten die Kinder die Möglichkeit, selbst ihren Schwierigkeitsgrad entsprechend ihrer individuellen Lernvoraussetzungen zu wählen. Der Lehrkraft kommt die Aufgabe zu, den Lernenden zu ermöglichen, ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen und sich selbst realistische Ziele zu setzen. Um diese Ziele zu erreichen, können zuerst die Basiselemente eingeführt bzw. erprobt werden. Neben dem spielerischen Ausprobieren von neuen Bewegungshandlungen stellt das konsequente Üben eine weitere Notwendigkeit dar. Den Heranwachsenden kommt dabei die Aufgabe zu, ihre optimalen Bewegungsherausforderungen zu finden. Diese wahrzunehmen und die individuellen Leistungen gegenseitig anzuerkennen. Eine gegenseitige Motivation zu neuen und anspruchsvolleren Bewegungen ist nicht ausgeschlossen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bekommen Adam und Tim einen Hinweis von Frau Müller. Daraufhin zeigt Tina ihren Mitschülern, wie man mit drei Tüchern jongliert. Die Tücher sorgen durch die Geschwindigkeitsreduzierung für ein einfacheres Erlernen. Tim und Adam freuen sich über erste schnelle Fortschritte und Lernerfolge. Individuelles Lernen fordert nicht nur eine Anpassung des Materials oder der Aufgabenstellung, sondern auch genügend Raum und Zeit für das Ausprobieren und Entdecken. Außerhalb des Sportunterrichts stellt Frau Müller den Kindern für die Pausen eine Spieletonne mit Zirkusmaterialien bereit. Auf diese Weise kann für alle Interessierten auch der Schulhof als Lernumgebung genutzt werden. Der dritte zu beachtende methodische Hinweis ist Bewegungserleben und Präsentation als Mittel einer Prozessorientierung. Es soll ein Raum geschaffen werden, in dem die Bewegungskünste zum einen ungezwungen, ohne Druck und unabhängig davon, wie es auf andere wirkt, erlebt und erlernt werden können. Zum anderen kann über das Präsentieren des Gelernten Bewunderung für das eigene und fremde Können entstehen, welches zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen kann. Frau Müller kommt deshalb die Aufgabe zu, eine Balance zu finden zwischen der Wertschätzung für den Übungsprozess und dem daraus erlangten Können für eine Präsentation. Sie nimmt die individuellen Anstrengungen der Kinder wahr, würdigt sie und thematisiert sie in Reflexionsphasen. Damit wirkt sie aufkommendem Neid, Missgunst und anderen negativen Emotionen entgegen. Tim und Adem, die zum ersten Mal jonglieren, zeigen ein großes Durchhaltevermögen. Sie heben die heruntergefallenen Bälle immer wieder auf und probieren weiter. Frau Müller lobt die beiden ausdrücklich. Sie schlägt vor, dass Tim, Tina und Adem ihre Fortschritte der Lerngruppe präsentieren. Dadurch werden auch alle anderen Kinder ermutigt, ihr Können vor der Klasse zu zeigen. Der vierte methodische Hinweis ist, die Regeln der Kunst erspüren lassen und die Offenheit der Form fördern. Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Grundidee und die Basistechniken der jeweiligen Bewegungskunst nicht frontal vermittelt. Sie entdecken diese durch Ausprobieren und Experimentieren selbst. Das Ausführen von Bewegungskünsten gibt den Lernenden dabei häufig eine unmittelbare Rückmeldung über ihr eigenes Können. Dieses aufmerksame Analysieren des Zusammenspiels von Bewegung und Wirkung lässt sie die Regeln der Kunst entdecken. Der Grad der Offenheit des Unterrichts sollte abhängig von den Erfahrungen der jeweiligen Lerngruppe gewählt werden. Da Tina bereits Erfahrungen in dem Bewegungsfeld hat, unterstützt Frau Müller die drei Heranwachsenden lediglich mit einer offenen Fragestellung in ihrem selbstständigen Entdeckungsprozess. Wie gelingt es euch am besten, drei Bälle mit den Händen in der Luft zu halten? Sie gibt ihnen angepasst an ihren Lernstand Impulse, worauf sie achten können. Da Adam noch sehr ungleichmäßig wirft, jongliert sie selbst und stellt ihm die Frage, wohin werfe ich den Ball? Nach einer gemeinsamen Reflexion beginnt Adam die Bälle immer diagonal an ein und denselben Punkt zu werfen. Fünftens ist es notwendig, Präsentationen behutsam zu initiieren und Stärken zu begleiten. Die Aussicht, das Erlernte zu präsentieren, kann die Lernenden immens motivieren und das Durchhaltevermögen fördern. Die Präsentationen können von spontanen Vorführungen der Zwischenergebnisse bis hin zu längerfristig geplanten Aufführungen reichen. Es ist wichtig, dass an das Vor- und Aufführen schrittweise herangeführt wird, eine wohlwollende Atmosphäre herrscht und die Kinder möglichst viele Entscheidungen rund um die Präsentation selbst treffen können. Dabei ist zwischen Vor- und Aufführung zu unterscheiden. Beim Vorführen geht es in erster Linie um die Zwischenpräsentation von Arbeitsergebnissen. Dabei werden Bewegungsfertigkeiten demonstriert. Damit verbunden ist eine persönliche Weiterentwicklung, die durch konstruktive Kritik angeregt wird. Eine Aufführung wird durch spontane oder geplante Vorführungen vorbereitet und stellt über die Bewegungsfertigkeiten hinaus vor allem ästhetisch unterhaltsame Aspekte in den Mittelpunkt. Nach mehreren Vorführungen innerhalb der Lerngruppe hat Frau Müller organisiert, dass die 4c am Ende des Zirkusprojektes eine Aufführung auf dem Schulfest durchführt. Für diese Präsentation haben die Heranwachsenden aus den erlernten Kunststücken in der letzten Phase der Unterrichtsreihe kurze Choreografien entwickelt, die sie sich in einer Generalprobe gegenseitig präsentieren. Alle zusammen ergeben den geplanten Schulzirkus. Fassen wir noch einmal zusammen. Bei der Vermittlung von Bewegungskünsten im Sportunterricht wird vorausgesetzt, dass die Lehrkraft zu der entsprechenden Bewegungskunst spezielle Sach- und Methodenkenntnisse besitzt. Ingrid Bär charakterisiert Bewegungskünste anhand der Aspekte Schwierigkeit, Offenheit der Form und schöne Bewegung. Auf einer allgemeinen und allen Bewegungskünsten übergeordneten Ebene empfiehlt sie die folgenden fünf methodischen Hinweise zu berücksichtigen. Den Schülerinnen und Schülern die Verantwortung übertragen, einen reflektierten Umgang mit individuell angemessenen Schwierigkeiten ermöglichen, das Bewegungserleben und die Präsentation als Mittel einer Prozessorientierung betrachten, Regeln der Kunst erspüren lassen und die Offenheit der Form fördern und Präsentationen behutsam initiieren und stärkend durchführen. So, und nun seid ihr an der Reihe. Entwickelt zum Bereich Bewegungskünste grobe Inhalte zu einer Unterrichtsreihe oder formuliert konkrete Ziele, Inhalte und Methoden für eine bestimmte Unterrichtseinheit für eine Lerngruppe eurer Wahl. Viel Freude und Erfolg!